moin leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen minecraft video auf unserem kanal ja drei wochen ist es schon her da kam glaube ich das neue expansion pack raus das expansion pack 16 wir haben uns da tatsächlich ein bisschen zeit gelassen weil wir ja erstmal andere dinge auch gemacht haben und nicht so die zeit für minecraft hatten aber nichts erst trotz wollten es natürlich bringen haben uns damit jetzt ein bisschen beschäftigt und nun auch alle trophäen gemacht sind eigentlich soweit relativ simpel ist ein bisschen mit suchen verbunden aber die sind auf jeden fall machbar wenn euch das video gefällt lasst gerne eine bewertung da wir fangen an im oldschool design wie früher mit der schwarzen mit der schwarzen blende mit der ersten trophäe es verbreitet sich so ich habe euch hier mal gezeigt es gibt durch das neue expansion pack auf einer tiefe von minus 45 oder halt auf jeden fall unter null so eine riesen antike stadt die muss man halt einfach erst mal finden ja die sieht so aus die kann man eigentlich nicht übersehen aufpassen da sind auch wächter und die bringen sehr sehr schnell um ich habe jetzt hier schon mal eine spinne hinter mir her geholt weil wir müssen jetzt eine ein mob neben einem katalysator töten super simpel passt wirklich auf mit den sensoren ihr solltet nicht zu viel von denen gesehen werden denn ich denke wenn man drei oder vier auslöst dann kommt eine wächter und der hat 500 leben also den zu besiegen ist sowieso fast unmöglich und der macht euch innerhalb von drei schlägen tot also da seid ihr ja ganz schnell tot hier seht ihr den katalysator links von mir da bekommt ihr dann nicht drauf her ihr seht jetzt bin ich sogar dunkelheit da hat der wächter mich gesehen hier konnte ich aber entkommen ja aber nichts also trotzdem ist es nicht so leicht so hier mit dass die trophäer geburtstagslied hier müssen wir einen kuchen von so einem hilfsgeist auf notenblock fallen lassen heißt wir machen uns erst mal einen kuchen dann machen wir uns noch einen notenblock die utensilien seht ihr hier die ich habe mit redstone und ding ihr braucht aber allerdings zwei kuchen ich habe hier jetzt nur einen kuchen gemacht wir benötigen aber zwei der hintergrund für dieses ist einfach das oder das erkläre ich gleich jetzt machen wir erst mal hier ein paar leute weg denn diese hilfsgeister sind an diesen türmen ihr müsst so ein turm suchen mit den magiern hier mit denen ja keine ahnung wächtern wie auch immer und da seht ihr jetzt unten rechts da in solcher in so einer box sind die hilfsgeister die brauchen jetzt die lassen wir frei und dann brauchen wir zwei kuchen in dem wir ein kuchen in die hand drücken also wir haben jetzt hier freigelassen dann platziere ich die jukebox nimm den kuchen mit links klick also l2 gebe ich ihnen den zack dann hat er ein und dann werfe ich das hin und dann drücke ich hier direkt drauf und dann schmeißt das hier runter die hilfsgeister sind nämlich so du gibst dir eine sache und das was du den gibst das sammelt ihr auf also wenn ihr zum beispiel setzlinge ihm gibt dann sammelt er alle setzlinge auf die ihr in der nähe habt heißt er kann euch da auch dementsprechend unterstützen so und jetzt kommt die längste trophäe hier habe ich auch ein bisschen material eingepackt einfach damit ich euch das erkläre unser ziel ist diese froschlicht dazu im inventar zu haben diese drei froschlichter hierfür haben wir extra auch mein gehege gebaut wir machen das eben ein bisschen umständlicher es gibt die farbe grün orange und weiß wie kriegen jetzt diese frische also orange ganz normal einfach in jedem biom im sumpf biom hier da finden wir die orangenen frösche und die finden wir auch eigentlich nur das ist die hauptfarbe wir haben es jetzt so gemacht wir haben den angeleint und haben den ersten produktions ins dorf genommen wisst ihr natürlich machen könnt ihr machen müsst ihr aber nicht so wie vermehren wir frösche wir vermehren frösche indem wir den schleim bälle geben so hier haben wir die beiden frische rein getan ein schleimball zweiten schleimball so und dann machen jetzt ein bisschen liebe und dann legen sie eier und diese eier da warten wir bis sie diese eier gelegt haben da kommen kaulquappen raus und dann kommen die frösche raus in diesem biom ist es so dass halt ein orangener frosch rauskommt so es ist biomabhängig jetzt für die erste für das erste licht sag ich mal müssen wir einen frosch zu einem magmaschleim bringen sowas habe jetzt ein bisschen schneller nick hat mich dort unterstützt er ist ins nether gegangen bei uns und hat so ein magmaschleim rausgeholt das seht ihr jetzt hier und wenn er den frisst lässt er halt einen block fallen und davon brauchen wir drei stück von jeder farbe ein so hier das war jetzt ein bisschen tricky weil mein frosch ist draußen geblieben dadurch ist die line abgebrochen heißt ihr seht jetzt hier so ein bisschen fail was aber auch nicht macht nichts macht ich zeige euch dann gleich auch noch mal wie es dann richtig oder besser geht sage ich mal ein paar andere alternativen so habe ich ihn leider gefressen und jetzt lässt er entfallen somit haben wir den ersten so wir haben das ganze ein bisschen umständlich gemacht jetzt haben wir nämlich ein frosch genommen das nächste biom ist das dschungel biom dadurch kriegt in den grünen frosch hier mit fröschen eingebaut haben sie auch wieder gepaart und haben dann auch gewartet ihr solltet auch einfach in der nähe bleiben das geht einfach am schnellsten was wir euch aber empfehlen können macht es einfach bei euch die kaulquappen und kaulquappen könnt ihr im eimer tragen das ist auch wichtig für das letzte biom ihr müsst ihr die frösche nicht damit hinnehmen ihr könnt das auch die kaulquappen einfach im eimer tragen und dann das entsprechende biom bringen ihr müsst nicht die frösche damit hinziehen aber wir haben es gemacht weil wir es auch noch nicht wussten zu der zeit das haben wir erst später herausgefunden und dadurch weil wir jetzt hier im dschungel sind sind daraus weiße frösche entstanden wie ihr hier seht und jetzt machen wir das gleiche mit dem weißen frosch hier stehe ich jetzt schon vor dem portal hier habe ich jetzt zack ihn so ein bisschen ins nether gepolt und dass wir jetzt hier nether das den fressen also ihr könnt den frosch mit ins nether nehmen und da halt auf essen lassen ganz klar ihr müsst einfach reinschieben so und ja dann ist er den und dann kriegen wir das nächste das letzte biom ist das winterbiom und hier ist es so wenn die frösche sich dapan und eier legen die können zufrieren das heißt dass es umsonst bedeutet macht es dort definitiv so dass ihr außerhalb ja kaulquappen euch holt wir mit hier sind ins winterbiom gefahren aber macht es so dass ihr euch kaulquappen holt in eimer dann fahrt ihr ins winterbiom macht irgendwie eine zweitiefe sag ich mal wasserfläche und das gefriert hat auch zu das heißt ihr stellt euch am besten daneben und während ihr euch daneben stellt könnt ihr immer die eisblöcke so ein bisschen weg machen so dass die kaulquappen auch nicht zufrieren wir haben das nämlich so dass wir weg gegangen sind und wir haben fünf kaulquappen am ende war eine noch drin weil alle anderen irgendwie zugefroren sind heißt wir bleiben am besten in der nähe machen wir sind die eisblöcke weg und dann läuft das auch hier wir haben es außerhalb gemacht wie ihr hier seht sagt da ein paar kaulquappen geholt so dann habe ich hier die kaulquappen genommen und wenn jetzt hier oben in schneebiom gelaufen vorsichtig neu update ich weiß jetzt schon ein bisschen länger da ist oder auch nicht ihr könnt ein singen also ihr könnt im schnee ein singen dann müsst ihr euch da raus graben also nur so als info genau und wenn ihr das jetzt gemacht habt dann lauft ihr da hoch platziert die kaulquappen im wasser und wartet bis hier auch wieder aus den aus der kaulquappen frosch wird bei uns ist das diesmal im winter relativ schnell gegangen im dschungel hat es relativ lange gedauert genau wir mit hier sagt die machen wir natürlich immer weg platzieren sie da rein so sagt und jetzt warten wir einfach und irgendwann nick hat hier nämlich gewartet und irgendwann kommen hier grüne frische wie gesagt passt wirklich auf dass es nicht zufrieden so und wenn wir die grüne frische haben oder den grünen frosch dann nehmen wir damit zurück mit alleine und hier haben es dann halt auch ganz entspannt gemacht dass wir uns hier wieder zum netter hier mit zum beispiel angebunden könnt ihr natürlich auch so machen dass ihr den magma rausholt und dann den frosch an bindet und dann warten wir bis er das auf ist also das ist eine tatsächliche trophäe die hat spaß gemacht wenn man halt weiß wie es geht allerdings dauert die natürlich ein bisschen weil man immer diesen prozessor warten muss bis die eier zu kaulquappen werden und die kaulquappen zu frösche und ja also noch mal kurz normales biom sumpf biom wie auch immer orangener frosch dschungel biom weißer frosch und winter tundra biom grüner frosch genau zack jetzt hat er ihn hier auch wieder aufgegessen so hier nick das aber aufgenommen das wirft er mir jetzt zu damit ich alle drei im inventar habe und zack haben wir die trophäe so einfach ist es genau und jetzt die letzte trophäe auch super easy dazu sind wir wieder in dieser antiken stadt und ihr müsst einfach an so einem katalysator beziehungsweise an so einem schaltblock ich weiß gar nicht was es ist kein katalysator müsst ihr einfach vorbei snicken dass er nicht auslöst genau das war es auch schon wenn euch das video gefallen hat lasst gerne eine bewertung da und wir sehen uns im nächsten video